Das ist die sogenannte Fuchsflöte, der Ranzlaut, kennen die wenigsten. Das ist so ungefähr, wenn eine Hündin zweimal im Jahr läufig wird, dann knaunzt die so. Das macht die Füchsin genauso. Auch hier darf man sich nicht täuschen, das hört der Fuchs bis zu 800 Meter, wenn keine großen Nebengeräusche sind. Ein Klang, so echt wie die Natur. Holz- und Platinvernetzte Silikonringe bringen den natürlichen Klang für den Erfolg bei der Jagd. Perfektion durch Erfahrung. 40 Jahre lang habe ich alle lockeren Instrumente optimiert, um sie den hohen Anforderungen der Lockjagd anzupassen. Ausgereifte Instrumente. Alle meine Erfahrungen habe ich in die Fertigung eingebracht, sodass nichts mehr geändert werden brauchte. 60 Jahre Lockjagderfahrung in ihrer Tasche.